Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown, diesmal wieder mit Mr. Hyde und Red Skyline. Okay. Okay. Hm, wem laufe ich denn jetzt hinterher? Hm. Das ist die Frage, ja? Okay. Also hier ist direkt was vor mir. Hm. Einen zweiten Boss. Vielleicht sitzt er da ja zufällig. Die Spinne. Dann geh ich nochmal ne ganz andere Richtung. Hm. Hier ist er nicht. Hm. Die Runde, das war ich. Okay. Okay. Da dizzy. Danke. Dann Richtung. Drinum. Dann. Dann. Dann geh ich runter. Tschüss. So eine Hand demás. es funktioniert. Okay. ok ich hab hier spieler vor mir und die spinne so weiter auseinander waren wir noch nie gut jeder woanders halt drei solo teams unterwegs schon mal einer weniger ich spinn wohl ich mach nichts man muss noch ein team gekommen sein oder so ja das ist noch ein team ich hab einfach nur den einen weggeschossen genau da sind welche aber es sind auch welche im compound ja noch da die spinne ist wie gesagt auch da drin also auf der entfernung treffe ich wieder weiß ich verstehe es nicht ja solange du triffst ist ja alles gut und das war nah dran scheiße ich sehe es nicht ich stehe Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh Gott Ich treffe hier überhaupt nicht mehr Einfühlen und das war's Aber ich Oh Mann Oh Mann Ich werde immer noch hocken, so viel wie ich hier schon geschossen hab Oh Mann Oh Mann Du bist erschrecken, ich bin auch drin Er ist erschrecken Was? Was? Komm Kennen wir doch schon Nachladen Darf doch nur noch der sein Oh, links noch Hm Oh Gott Oh Gott Tod Oh, kommt noch einer Auch tot Hast du ihn gerettet? Ja Ja Okay Ich mag die Drillinge Ich geh mal wieder raus Hm Der war ja gar nicht so weit weg Schade, schade Oh Mann Um am Berg Hier hinter uns ist auch was Oh ja Hinten hat Hit Am Berg Hat Hit Und looted Zumindest der untere Mit zwei da hinten Einer sitzt irgendwo oben Und schießt Da oben sind drei Bitte was? Oben? Ja, hier sind drei Ja Hinter uns sind auch drei Genau bei Norden Und Nordost Mhm Die sind ziemlich nah Hier ist ein Pfeiler Mal wieder ein bisschen zurück All diese Das ist ein Pfeiler Verwicht Mal wieder ein In eine weg ich krieg hier besuch von links schießen sich auch mit dem anderen team keine ahnung warum ich den nicht getroffen habe hier ist eine blaupause habt ihr die falle entschärft nein das kann ich habe nicht gesehen ist drin bei euch oder was die hausse wurde von draußen erschossen irgendwo richtigen norden oder ist eine tot Oh, das ging schnell. Genau den mein ich. Da saß in der Hütte unten. Ich konnte ein bisschen schneller schießen als ich. Da kann ich doch den Quaim nicht sehen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich habe ihn noch. Oh, oh. Ne, oh. Okay, war fast nachgeladen. Das gibt das nicht. Ah, schade. Naja, aber meine sechs, sieben Kills habe ich auf jeden Fall durch. Scheiße, ey. Also, ich habe noch eine Seite. Okay. Oh, come on. Ja. Der Dicke scheint er hier zu sein, oder? Irgendwohl. Richtung Osten, würd ich sagen. Klingt so verdächtig. Da ist er! Scheiße. Haha. Na, weg! Geh weg! Spaß! Also cool ist er, das kann man nicht anders sagen. Ja. Was ist denn der? Gute Anfall. Spiele oder was? Ja, drei Stück. Ja. 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 Ist einer gestorben, die beschießen sich gegenseitig. Ja. 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 beides auf mich oder alle drei ich sehe gar nichts Was ist ein Sturz oder Treffer? Ne, das war der Denner, die... Achso, die, ja, ja, mhm. Da hat er dreht. Hm, bewegt sich niemand. Huh! hier liegt schattensprung ein blauer trade da müssten wir eigentlich raus jetzt gibt es ja keinen grund mehr da wo wir herkamen oder da wird ja keiner sein da Was ist das? Wettbewerb! Wettbewerb! Was gibt es da? Ah ja. Da kommt ein Spieler hinter dir her. Hat Hit. Zum Tunnelgang. 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 also ich guck erstmal bevor du was machst ja safe aber halt diese leuchtenden dinge die du wegwirfst die fängt man nicht wieder ein waren es nur zwei oder waren es drei ich habe nur zwei gesehen das sind du ne wieder so ein aufwertungspunkt hier liegt eine frontier 73c schalldämpfer ich war gerade da drin was du nicht hörst das siehst du da liegt er na gut ja 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 ja